Einen wunderschönen guten Tag, willkommen in einer neuen Folge von After Us. Hier hinten ist ein Geistlein. Aber wo? Hier hat es mir den da... oder über mir. Ah ne, nochmal einfach... aha. Hier hinten? Ah, ja. Wieso renne ich dieses blöde Pop-Up weg? Oh, die Schlange habe ich befreit. Hat es noch mehr? Aktuell nicht, okay. Dann muss ich wohl hier nach unten. Was ist das denn? Okay. Oh Gott. Äh, okay. Ne, lass mich mal in Ruhe hier, bitte. Oh ne. Ne, 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 ne. Weg da, komm. Komm. Wie gesagt, weg da. Oh, fuck. Ah, guck mal, ich kann mich befreien. Ah, okay. So, der ist weg. Fehlt er noch. Oh, der le. Waren das alle? Höh. Ja, das waren alle. Ah, das ist so eine Oase. So. All righty. Jetzt. Wohin geht's jetzt? Na, nach hinten, denke ich mal. Ja, das scheint mir richtig zu sein. Warte, singt das Stadtzentrum. Okay. Warte mal. Na hoch. Äh. Dann, äh, surfer mal schön. Das ist eine ordentliche Ranke, hä? Ja, dann. Oh Gott, okay. Könnt ihr mich, äh, alle mal schnell in Ruhe lassen? Okay. Na, komm. Weg da. Das ist gut. Ja. Einer weniger. Ah, fuck. Komm schon, danke. Lol. Er hat gerade seinen Kollegen abgeknallt. Gratulation dazu. Ah. Die Kollegen werden auch erledigt. Warte, da unten ist noch ein Geist. Okay. Warte mal. Ah, guck mal, da hinten. Lol. Wie mach ich das? Nein. Nein, 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 nein. Ja. Ist das ein Falke? Irgendwie sowas. Jetzt kannst du surfen gehen. Hat nix mehr in der Nähe, okay. Oh je. Ja, ja. Alter, wie viele sind das denn schon wieder, bitte? Ja, ich drück noch x. Danke. Kann ich hier irgendwo... Komm, hau einfach ab. Kommt die hier her? Nee, das kriegen sie nicht hin. Ja, wenigstens etwas. Muss ja nicht jedes Mal... ...alles und jeden bekämpfen, hm? Hier ist nix, okay. Dann geht's mal weiter hier. Let's go. Ei, ei, ei. Okay. Ach du heiliger, okay. Okay. Mit dir los. Und wo fallen die runter? Das würde mich jetzt noch interessieren. Ach, herrje. Okay. Geist ist keiner in der Nähe. Okay. Man, Ruhe hier. Oh shit. Ja, da habe ich mich verkalkuliert. Da habe ich mich verkalkuliert. Jetzt. Warte noch mal. Super. So, jetzt aber. Oh je. Kann ich da... Ah, guck mal. Muss ich nicht mal groß was machen. Die Oase wird direkt freigeschaltet. Okay. So, now. Untertitelung des ZDF, 2020 Für manche Oasen gelangst du zu verzweigten Pfaden. Erkunde jeden Pfad, um alle Gefäße zu finden, um Mutters Lebenskraft zurückzuholen. Dieses Gefäß ist ganz in der Nähe. Rett es jetzt oder erkunde andere Pfade. In welcher Reihenfolge du Mutters Lebenskraft sammelst, bleibt dir überlassen. Gut, wenn das am nächsten ist, dann nimmt man natürlich den Weg, der am nächsten ist, ne? Kriegt da nichts, das rauszuzögern, wenn ich schon in der Nähe bin. Oh je. Wait a minute. Oh, wait a minute. Nein. Och man. Ich bin jetzt gemacht. So, halte mal hier. Kann ich hier einfach hochrennen? Ah ja, kann ich. Dann gehen wir da hoch. Okay. Frage ist, wenn jetzt... Ah ja, guck mal. Ich kann das, diesen Schleim entfernen. Okay. Okay. Ich bin noch ein Geist in der Nähe, ne. Tatsächlich nicht. Kann ich das auch wegmachen hier oder... Weicheln. Achso. Ja, schön und gut, aber... Bringt mir das. Also bringt mir ja nichts. Mach mal diese Pampe weg hier. Das ist, denke ich, mal am wichtigsten. Jetzt bleibt aber halt noch die Frage... Wo soll ich denn bitte hin? Achso, ich kann hier hochlaufen. Lol. Ja, okay. Ah, warte mal. Nein. Ja, okay. Komm, mich irgendwie retten. Oder auch nicht. Machst du da. Okay. Und hoch. Ah, was Mädchen. Okay. Nee, das ist, äh... Nee, das ist, äh... Geh nochmal zurück. Ähm. Achso. Ja, ja. Ja, das... Unsere Runden. So. Ja, ja. Oh, wie viele Tiere hier sind. Hier kann ich ganz viele Bäume machen. Cool. Warte mal. Mach mal die Karte auf. Bin ich überhaupt richtig? Ja, ich bin schon richtig, aber irgendwie der Weg... Alter, der ist ja noch mega weit weg, du. Okay. Ich denke mal nicht, dass wir... ...den Raben... ...oder was es sein soll... ...heute schon gerettet kriegen. Das scheint mir so, als wäre der irgendwie... ...mega weit weg. Naja, wir geben unser Bestes, dass wir gut vorankommen. Nein, warte mal noch. Wir sollen nochmal zurückkommen. Und dann... ...bringen wir drauf. So, nämlich. Machen wir einfach nicht zusammen hier. Okay. Hm. Ein ordentlicher Weg nach oben, ne? Aber so können wir es wenigstens ein bisschen verkürzen. Gehen wir nach rechts. Ja. Nee, komm schon. Okay. Mach nochmal die Karte auf. Ja, aber wir sind immer noch ein gutes Stück entfernt, ne? Wir sind immer noch ein gutes... ...gutes Stück entfernt. So. Falsche Seite. Das ist richtig. Äh... Ah. Warte, bin ich nicht von hier gekommen? Ne, 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 ne. Geister, keine in der Nähe. Okay. Ne. Keine in der Nähe. Was ist denn hier? Eisbierierierierierierierier Andréa. Das ist Häu. Sind Dude. Seo Rvertsee. Okay, in dem Knast. Haha. Puh. Was ist denn jetzt gelandet? Wir sind ganz in der Nähe. Guck mal. Dann will ich den aber noch befreien. Wenn wir schon da sind. Das ist schon rar, weil es sind alles schwarze Federn hier. Den Kollegen nur finden. Wie könnte er denn sein? Verräuchte ich das Gefühl, dass ich nach oben muss. Die Federn kommen ja von oben nach unten. Ähm. What the hell? Aber ich habe was rausgefunden. Äh, aber... Ach so. Gut. Ich muss erst da reingehen, oder was? Hä? Nochmal. Nochmal. Okay. Alle guten Dinge sind drei. So. Na gut, hier komme ich auch so hoch. Ah, ich kann da hoch... Ja, ich kann da hochrennen. Okay. Ja. Wunderbar. Der große Käfig. Ja, wenn man das nicht sieht, dann ist das doch, äh... Noch schwierig. Aber ich kriege auch das hin. Auch diese Herausforderung kriege ich hin. Ja, aber das ist dann... Doch eher... Also... Guter. Wieder mal ein bisschen klüger lösen können, ehrlich gesagt. Ich glaube, das hier ist es, oder? Nee? Ach doch. Äh. Du musst springen, Liebes. Ja. Ah, warte. Ja. Okay. Okay, okay. Na, fuck. Ah, aber ich komme trotzdem rein. Okay. Ah. Okay. Es kann also auch noch unten gehen. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Es ist trotzdem noch ein ordentlicher Weg, bis ich da den... Warte mal, wo geht's raus? Achso. Oh, ich habe trotzdem geschafft. Okay. So mag ich das doch. Oh je. Oh, äh... Oh, äh... Achso. Okay. Wie weit nach oben geht das denn bitte noch? Ach, da ist jetzt eine Sache worden. Zwei, drei Minuten. Bis wir da bei einem Rabenkollegen angekommen sind. Wobei, da ist er. Muss ich nur beklagen, dann ist das Ziel schon da. Urgelfrei. Wenn du... Ah, das ist ein Adler, nicht ein Rabe. Okay. Okay. So. Go. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Okay Sieht spannend aus, machen wir morgen Ich sage danke fürs Zuschauen Habt einen schönen Tag, macht's gut meine Lieben Tschüss ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk